recht herzlich willkommen zur neunzehnten folge von das war auf mein tag 19 ok hallo seht euch die ganzen dinge an ich wünsche wir werden hier nach zu viel mitbringen ja schön schön wir wurden ausgeplündert das ist nicht gut könnte eine scheußle wunden es scheint sehr ernst zu sein das hatten wir schon bruno wurde leicht verletzt okay da hat jemand uns versucht auszurauben dass sie bei angreifern richtet werden aber sie vielleicht nicht für alle auswohnungen verletzten greife haben nichts gestohlen warum leisten gute arbeit zwei munition haben wir verbraucht dass da oben haben wir mitgebracht pabel hat uns was mitgebracht genau gut gut so essen ist noch eins da pabel kriegt das auch und pabel noch mal schneller wie sieht mir das haus ein bisschen anders aus ich weiß nicht warum naja ok dann geht er hier nach unten in dem bruno und bruno geht was essen ja ohne macht essen gut holz haben wir zwei mal essen schwer verletzt erholt sich ja aber wir geben ja noch eine bandage dazu und das ist jemand an der tür das ist natürlich nicht schlecht leicht fletzt traurig und müde was hat machen uns zu sagen naja er kann seinen magen knurren ja er ist auch sehr hungrig nee er geht dahin und dann wollte ich bruno haben und bruno soll essen kochen wir warten mal gerade noch fällt mir ein sie kann gut falsch und geht mal zur tür aber das ist jemand anders das ist gar keiner zum falschen okay sollte katja vielleicht doch besser liegen bleiben oder aber geht jetzt schlafen waren ist der handwerker maul ist sehr hungrig sie geht wieder schlafen ganz einfach er geht an die tür eigentlich könnte das essen gekocht werden dann ja ich denke mal schon und was hat er zu sagen zum glück sind sie hier gut nein essen kochen personen wechseln können sie mir dabei helfen die fenster brettern zu zunagern ich wohne nicht weit von hier an meine tochter ich habe gehört dass blinderhäuser der raumfragen er eine warte eine sekunde das liegt daran dass er erst mal essen muss es ist vielleicht krank traurig und sehr hungrig aber erstmal muss er essen er ist jetzt erst eine portion dann geht er mit die frage wer noch was zu essen braucht sie müsste schwer verletzt erholt sich leicht verletzt er hat keinen hunger ja geh mit obwohl das jetzt keine gute idee war so früh komm dann geh du essen ja aber ich bin doch dafür dass es so läuft gut dann gehen wir zur werkbank ohne ist leicht verletzt das sollte aber so funktionieren es wird kalt genau und deswegen müssen wir irgendwann oben bauen 18 32 dass man gerade einmal aufs thermometer gucken 14 grad geht das geht noch hier brauchen wir immer noch ein elektroteil ja ich bin gewillt den ofen zu bauen was haben wir hier aber wir brauchen unbedingt die säge weil wir müssen an diesem kühlschrank vom letzten maus ein doppelhaus ach so und sie hat sich nicht verbunden verband angetan das sollte sie vielleicht tun herr nachbarschaftshilfe ist wichtig so sie geht da jetzt hin gehen wir mal da gucken was kostet uns erstmal das aufrüsten da fehlt uns auch ein elektroteil super schade könnten kräuter züchten kräutermedizin wäre auch nicht schlecht ein kompost und acht wasser sollten wir das herstellen zweimal geht nicht fehlt so im wasser haben wir noch filter glaube nicht geht nicht geht erst mal dahin was wäre dazu upgraden da brauchen wir den haben wir auch nicht wir machen nur ach hier sind wir falsch da sind wir richtig filter da machen wir zwei und Katja holt sich einen Verband macht so auch gut und Bruno kann sich gleich noch schlafen legen haben wir alles ich weiß es nicht ich glaube er wird da nicht mehr viel Zeit im Bett verbringen können da ist nämlich schon die Nacht so Kabel geht plündern hungrig schwer verletzt ja aber im Bett schlafen wir wache stehen müssen es geht nur so wir gehen da hin dann müssen wir durch das bereiten wir vor wir nehmen die Säge mit und nehmen wir noch was mit ich glaube nicht können höchstens noch eine Waffe mitnehmen aber da müssten wir wiederum Munition mitnehmen die wir auch schon gar nicht mehr haben die Axt um Feuerholz zu machen und eine Waffe dabei zu haben oder und das auch ich glaube die Axt lassen wir hier wenn eben nur die Brechstange mit und los geht's es wird schon wieder so ein schweres Unterfangen dadurch ja ist aber so wir kommen da sogar hoch es wird am dunkel jetzt hier da kommt einer der geht aber hoch ich riskiere das und ich nehme auch alles mit und dann nehme ich auch alles mit und ich muss dann schnellstens in das Versteck und hoffe der geht nicht da lang genauso ist es dann gehe ich da rüber und mache die Tür auf jeden Fall wieder zu und gehe runter dann gucke ich zu dass ich da durchkomme irgendwie da hinten steht einer da raucht sich einer ich werde etwas Luft schnappen ja das macht er ich weiß und jetzt müssen wir hier schnellstens lang glaube ich glaube ich glaube das haben wir geschafft gehen wir weiter ah da waren zwei Stellen ich habe nur einmal Säge mit das ist schlecht ich komme aber auch nicht runter da oben ist der Kühlschrank hier unten ist auch was aber ich weiß nicht was besser ist schnellstens da rein okay plündern und jetzt geht es auf zum Kühlschrank irgendwie ist der schon wieder verletzt oder was und da geht es runter was hat er denn jetzt zu sagen aha super gut also wir müssen das hier machen das hat doch einfach keinen Sinn wir müssen hier an diese Lebensmittel kommen glaube der Gegenstand ist kaputt und da ist Essen drin zweimal zwei Dosen und alles nehmen und ja wir sind wahrscheinlich wieder mal verletzt ne ja genau so ist es ja Holz brauchen wir jetzt auch nicht wirklich oder ja da müssen wir auch machen noch ein bisschen Zeit so ist nicht hier war auch noch was zu holen noch mehr Holz jetzt ist die Frage Medikamente sind wichtig ja es ist alles wichtig höchstens der Zucker denn bräuchten wir weniger wenn die Bücher würde ich hier lassen da würde ich eher momentan zwei Holz mitnehmen müssen gerade noch gucken was die anderen Vorräte machen die hier noch sind Vorräte ist gut ne gut was können wir hier lassen die brauchen wir auf jeden Fall wir können sowieso noch keine Waffen herstellen unsere Werkbank ist da noch nicht gut für ich nehme den ganzen Stack ich glaube wir können das noch nicht jetzt muss er mal ein bisschen schneller das Zahnrad geht mal mit oben war glaube ich nur Holz jetzt ist die Frage ob da drüben einer ist ja da drüben ist einer komme ich da hin ohne verletzt zu werden sieht so aus kann ich nicht mitnehmen ok da ist auch noch was zu holen bin mir nicht sicher da passiert nix das ist aber auch nix oh jetzt kommt der hier rüber ok dann würde ich aber sagen soll es für die Runde auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.